Mit einer PTK-Behandlung können wir auch Hornhautnarben entfernen und dadurch regularisieren wir die Hornhautoberfläche, wir entfernen das vernarbte Gewebe und in den meisten Fällen steigt dadurch das Sehvermögen auf Werte, welche man vor der Narbenentstehung hatte. Hier müssen Sie sich auch ein bisschen auf das Endergebnis gedulden. Die Wundheilung kann hier auch bis zu sechs Monaten dauern und danach können sich auch die Brillenwerte verändern, aber diese können dann später auch eben durch eine entsprechende Optik wieder angepasst werden.